Hallo Youtube Freunde Willkommen zu meinem Video Hier ist Tanzfinato Ich war einkaufen Wir haben jetzt gerade 20.42 Uhr Ich war gerade eben einkaufen Und dieses Video enthält Werbung Als erstes haben wir hier Leibniz Kakao Keks Ok Leute ist es nicht gesund Aber Aber wie gesagt Zum Mal einen kleinen Snack Zum Teil unter Arbeitskollegen Passt schon Als nächstes haben wir hier Ballisto Vor allem im Angebot Im Edeka für 1,49 Euro Dann hier Meine Lieblings Sticks Chili Dann haben wir hier so Milka Kekse Muuu Auch sind gut Dann haben wir hier Hier sind eine Banane Bananentwink Auch so gut Von gut und günstig Als nächstes haben wir hier Stapelchips Also die sind teure geworden Vor 5 Wochen Sechs Wochen Wo ich noch im Edeka war 9,99 Cent Jetzt kosten die 1,19 Euro Hier Chips Also Salami Chips Schrecken ganz gut Nice Dann habe ich hier mal Wollte mal ganz neu ausprobieren Die Ritter Sport Also seht ihr Leute Ich mache Sport Also das neu Gucken wie es schmeckt Soll auch irgendwie gesünder sein Mal sehen Da sehen wir schon hier drauf Äh Zirka 24 Gramm Naja Wollt ihr mich veratmen oder was Dann haben wir hier diese Walnuss Sticks Auch sind gut Noch ein Bananentwink Von gut und günstig Könnt ihr euch mal gut reinziehen Seht ihr so ein Müllermilch geht immer Einfach Rinder mit Einfach runterschlucken Schlingen Das Getränk Dann Nutella ready Auch sehr gut Kann man am besten eiskalt genießen Skull Danke Leute Fürs Zuschauen Lasst mir ein Abo da Ciao